Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial über die legendären Crafting-Materialien und deren Fundorte. Und dieses Mal geht es um den Engelssplitter. Ich habe ihn in meinem Beispiel mit Itzwal finden können. Es gibt da noch ein paar andere Fundorte, diese zeige ich euch wie bei den anderen Videos am Ende in dem Abspann. Gut, sobald ihr den gefunden habt und hoffentlich auch den Plan schon habt, habt ihr die Möglichkeit hier die verschiedenen Waffen zusammenzubauen und auch ein Schild. Bei dem Schild gibt es ein Problem, ihr braucht dazu auch ein weißes Schild. Das Aszendenten-Schild hat eine Drop-Chance, die ja lächerlich ist, also auch gleich gar nicht. Aber glücklicherweise konnte ich nach einiger Zeit auf den Feldern des Elends mal die Händlerin erwischen, die ab und zu mal, also wirklich ab und zu, das Schild zum Verkauf anbietet. Um es euch zu demonstrieren, habe ich das Video mal aufgenommen, leider aber vergessen, die Aufnahme mit aufzuheben für das Video. Das folgt dann separat nochmal, da ich denke, es werden noch viele danach suchen. Nur damit ihr schon mal wisst, wo es ist, könnt ihr sie hier finden. Gut, dann habe ich hier zum Schluss nochmal alle Fundorte, wo ihr den Engelsspieler finden könnt. Und wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß, viel Spaß auch beim Nachmachen und bis bald, euer Micromaster. Ciao!